Moin Leute, Trimax hier. Ich habe zusammen mit Affostel Duo gegen Squad gespielt und bin relativ früh gestorben. Und um das Ganze dann ein bisschen spannender zu machen, habe ich einfach ein bisschen Geld gewettet. Falls er es schaffen sollte, spende ich 50 Euro für Charity. Ja, und das war dann eines der spannendsten Games überhaupt. Ich habe es so mitgefiebert, ich kann es immer noch nicht fassen. Das wird euch sicher gefallen. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und dann wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit dem Video. Es ist down der Ravenskin, ihr müsst ja rutschen, komm. Oh mein Gott, nice. Da ist noch einer, pass auf. Alter Affostel, das ist so locker. Er hat noch full life. Eine Sekunde sagt er und dann macht er 5 Kills und dann revivet er einen. Ich habe ihn getroffen, mit der Armbrust. Alter. What? Ich habe den so nass gemacht. Alter, ich finde es super, wie wir einfach genau uns... Oh, nein, 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 nein! TRIBEX! Wo kann der... Was ist das für einer? Wo kann der denn her? Oh mein Gott. Der kam aus nichts. Nice. Du wirst noch erster Platz. Okay. Wenn du, wenn du erster Platz wirst, hau ich 50 Euro für Charity raus. Okay, guys. Let's do it! For Charity! Zehn Kills hast du schon mal. Kann man drauf aufbauen. 31 Leben noch. Und jetzt genieße ich die Show. Viel Spaß. These things. Alter, what? Er spielt doch einfach all-in. Das stimmt natürlich auch wieder. Oh. Alter, Pfostel. Leck mich doch. Holy shit. Alter, ich fass es nicht. Du... Du spielst... Die schießen gar nicht auf dich. Ich kann es nicht fassen. Das ist wie so in einem richtig schlechten Actionfilm. Wo so der... Wo so der Hauptcharakter John Wick oder so einfach so... 50 Leute alleine killt. So voll unrealistisch. Are they friends? Are they just assholes? Whatever. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit. Alter, es ist... Fuck this shit, Junge. Alright. It's always time for a little bit of boopy. Oh my god. Oh! Ah! Okay, he died. I think. Bleue. Yep. Hi. Hi. Oh! Well, dude, this game is awkward as fuck, let me just tell you that. Oh, lol, wie geil. Holy shit. Oh mein Gott. Ich kann's nicht fassen, Alter, wie spannend ist das denn, Affoste, holy shit. I wish I had more materials though, this is gonna suck. Alter, der die das Game seines Lebens. Well, there's only one real thing to do here. So good. Always so good. When I die. Holy shit. God, out of sniping piece of fuck. Nee. Alter, es ist sooo krass, ich kann's nicht fassen. Okay, where is he? I really need that guy's loot. 0 today. Ich go there. Ich soo krass. Oh 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 oh. Ich muss mich darts beachten. Alter, Alter, what the fuck? Was macht der da? Kann mir das jemand erklären? 22 Kills? Ja, das war uns. Das war's. 50 Euro an Charity, hat er einfach gemacht. Ich fass's nicht. Ja, er hat ne Waffe, ich nicht. Ich bin gerade gelandet und er hatte die Waffe schon in der Hand. Hm. Ja, natürlich. Es war sogar ne Legendary Silence Pistol. Oh, lol. Da ist noch einer. Ey, wie spielen die denn? Was sind das denn für Leute? Die checken ja gar nichts. Ne, ne. Keiner baut. Keiner baut. Stopp, nicht töten, nicht töten. Mach weiter. Mach weiter. Ja, erster Platz. Solo gegen Squad. Du hast 8 Early Kills. Wenn du erster Platz wirst, 50 Euro Wette. 50 Euro für Charity. Just watch my game crash again, dude. Oh, zwei Leute. Oh, der ist gut. Oh, der ist gut. Alter Junge. Krass. Oh, mein Gott. Du bist so, Alter, das ist so abgefuckte. So perfekt da reingeballert. Alter. Alter Junge. Alter. Das ist so krass. Das ist so krass. Was? Was? Nein. Was? Nein. Was? Was machst du hier? Leute, was macht er hier? Hm? Oh, lol. Ne, ne Junge. Hör auf jetzt. Das Acho. Was machst du hier? Hey! Oh my god, I hate this new thing. I had an idea, though. Oh! Was für ein Bratz! Alter, Junge, hol die shit 20p jetzt, man. Du bist so krank. Das war ein Lagerfeuer. Maximaler Disrespect. Wie kackfrech. Du killst dein ganzes Team und klaust ihn das Lagerfeuer, was er gesetzt hat. Hat Max wieder was gewettet? Ja, leider. Der Gegner versteckt sich hinterm Gitter. Der hat sich hinterm Gitter versch... Oh! What?! Der hat sich... Oh nein! Wie kann man... Wie kann man sich... Wie kann man sich... Ja, ok. Oh shit, wrong material. Oh mein Gott. Die waren aber auch nicht schlecht. Aber warum ist der eine nicht gestorben? Das ist mir schlecht. Ich könnte diese Leute schnell töten. Eieiei. Geile Runde. Das ist mir gut. Das ist mir gut.